Ninja, go! Ninja, cha, cha! Hallo ihr Lieben! Hallo! Und sehr willkommen in einem neuen Video. Zu einer Seifenmaschinenbombe. Oh nein, Seifenblasenmaschine haben wir hier. Wir lassen jetzt Seifenblasen regnen. Und zwar ist der elektrisch, hat hier oben einen Knopf. Und wenn man den drückt, soll der Seifenblasen machen. Hier füllt man das Ganze ein. Wir haben eine große Seifenblasen... Ja, was ist das? Seifenblasen... Ja, wir haben... Stängel. Was ist das? Seifenblasenwasser, egal. Seifenblasen... Also, Mille, füllen wir es mal ein. Seifenblasen, keine Ahnung. Ja, genau. Wir gehen ans Werk hier. Da kommt das Ganze rein. Mama, ich bin nicht sicher, dass du schlau. So. Nicht fragen bitte, wo wir das herhaben. Das haben wir von Italien mitgebracht, von unserem Urlaub. Gibt aber bestimmt online zu kaufen. Müsst ihr euch halt nochmal schlau machen. Und wir fangen jetzt an. Und wir fangen jetzt an. 3, 2, 1... Und wir fangen jetzt an. 3, 2, 1... So, Mille, ich hab noch eins. 3, 2, 1... Schlau! Oh, schaut doch mal! Oh, der Wind. Der Wind stört. Da, 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 Mille, geh weg, geh weg. Das ist ja ein... Oh, schau es uns mal an, wie er aufsehen. Oh, ist das nicht cool. Das ist ja ein Trauum. Oh, der war... Toll! Ah! So viel Seifenblasen schafft ihr niemand! Doch, ein Ätsch! Die machst du kaputt, bevor die rauskommen, Maus. Oh! 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 Ninja, go! Ninja! Ha! Tja! Gefällt, gefällt euch! Ah! Ha! Ninja, go! Ninja, go! So, ihr Lieben. Wir verabschieden uns jetzt. Wir machen jetzt Seifenblasen-Party hier im Garten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Weitermachen! Tschüss!